hallo und herzlich willkommen zurück zu diablo 2 immer noch im hardcore modus und heute sind wir in den hallen der toten unterwegs wir hatten ja eben schon mal so ein sneak peek in der vorherigen folge besser gesagt und jetzt wollen wir mal gucken wie es da drin so wirklich aussieht und deswegen lasst uns da mal reingehen ja hier habe ich ja eben schon oder bei euch vorgestern besser gesagt hier schon ein paar mobs gekillt und dann gehen wir mal hier weiter so also die mobs hier gerade von der decke gefallen sind ihnen auch sehr böse weil die halt eben elektro schaden machen also schock schaden die können dann auch sehr zum verzweifeln bringen weil sie sich einfach in decke hängen dann kannst du wieder nicht angreifen dann lassen sie sich fallen geben dir schaden hängen sich wieder in die decke das kann unter umständen sehr 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 verzweifelnd werden vorher wieder schon sechs prozent nein brauchen wir nicht so die leere kreatur hier ja erstmal kurz kontrolliert die aufnahme läuft hier sind sie diese schock viecher so schade ist der erste gang war gleich eine sackgasse aber hier ist nichts umsonst alles was uns nicht umbringt macht uns stärker im wahrsten des wortes jede sackgasse die wir mitnehmen sind ein paar ep deswegen stört mich das gar nicht dass das jetzt hier eine sackgasse war so dann gehen wir den anderen weg bleibt ja nur noch ein anderer ne zwei sogar sehe ich gerade dass da auch ein weg noch lang geht und zwar hier aber wir nehmen erstmal den gegenüberliegenden weg und gucken was uns dort erwartet wieder so ein beschwörer er diese leere kreaturen die können ja wie gesagt die die was heißt wie gesagt habe ich noch gar nicht erzählt wie können die skelette beschwören und sind quasi eine atombeschwörer und wenn man jetzt zum beispiel so ein special gegner hat der halt so ein beschwörer ist sind da echt horden an monstern und das ist manchmal sehr gefährlich weil die halt sehr eng beieinander stehen also der traum eines barbaren der albtraum einer zauberin beziehungsweise noch weil sobald ich halt massenkontroll attacken habe wie eben zum beispiel blizzard wie zum beispiel die frost wäre die halt eben auch alle nur funktionieren solange die gegner nicht kältigen sind das darf man nicht vergessen kommen dann schon gut mit klar aber so im blitzbereich hat man ja eben dann noch den ketten blitz das ist halt eben auch eine massenkontrolle weil halt eben von von ja von gegner zu gegner springt und dann schaden verursacht okay das wird eine sackgasse sein deswegen gehe ich erst mal hier lang jeder sieht man sich wieder die hänger von der decke das nervt so du kannst halt nichts dagegen tun ich fände es auch cool weil so attacken die wirklich flächenschaden also wirklich großen flächenschaden machen dass die halt eben auch in der in der z-achse quasi also in der vertikalen noch schaden machen würden aber es ist halt vom spiel nicht vorgesehen hier das zum beispiel haben wir jetzt nur drei beschwörer das sind echt schon viele mobs die herum rennen was man gerade schon gesehen hat und ich sag mal so eine gruppe mit einem mit einem spezialgegner sind halt eben mal so 456 teilweise je nach schwierigkeit stufe und wie gesagt also das kann wirklich wirklich böse werden dann so das wäre erledigt hier geht es auch runter in den heilen der toten level 2 gibt es einen wegpunkt den holen wir natürlich auch so das passt alles heute mal wieder mehr auf mein leben achten dass ich bin da gerade echt schon ziemlich todesmutig unterwegs da muss ich etwas vorsichtiger sein und vor allem mein mana das ist gerade auch einfach leer also das ist unglaublich was ich ihren mana verbrauch habe aber dafür habe ich gleich auch schon wieder das level ab darauf freue ich mich schon weil dann bin ich nämlich level 18 und dann kann ich nämlich zum meteor über kann ich nicht weil ich die nichts geht hat verdammt ähm aber mit level 18 könnte ich dann die gletschernadel zum beispiel machen das ist dann etwas besserer frostschaden tatsächlich oder im blitzschlag bereich kann ich auch nicht obwohl ich könnte mich teleportieren ja teleportation ich werde den punkt auf jeden fall die teleportation setzen einfach aus aus gründen einfach dass ich mich im notfall einfach weg teleportieren kann ist glaube ich eine gute sache ja also definitiv also sich im notfall weg teleportieren zu können ist eine sehr gute sache so was haben wir hier hinten in der ecke einen lädierten diamanten sehr schön hier sehen wir das wieder die mobs kommen gerade echt von überall also ich muss wohl etwas vorsichtiger sein ich darf hier nicht mehr so einfach so raus rennen so ey wenn das so viele gegner sind ich konzentriere mich da einfach entschuldigung da bin ich etwas leiser so heilen der tod level 2 was ne level 3 hier geht es runter zum letzten bereich aber wir wollen ja noch den wegpunkt haben das heißt wir suchen mal eben noch den wegpunkt der müsste dann hier lang sein theoretisch 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 ok massenkontrolle und dann die beschwöre ich musste mir gerade erstmal weg bahnen deswegen mit der massenkontrolle ihr seht das guck mal das sind jetzt halt die wissen die beschwöremengen wovon ich geredet habe na also das sind jetzt fünf oder sechs beschwöre tatsächlich gewesen und ihr seht was hier in mobs rumgerannt ist also es ist echt nicht feierlich tatsächlich aber der loot ist halt gut ne also da darf ich nicht meckern entschuldigung und die maler trank nehmen wir noch mit das geld nehmen wir noch mit sehr schön ist hier allerdings ein sakrophag es gibt übrigens für diese 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 zombies die halt eben giftgas verströmen gibt es hier sogar sakrophage wo dann halt einfach so ich glaube alle 20 sekunden oder so irgendwie sowas in dem zeitbereich so ein fies bond ja level ab hey und teleportation sehr schön so teleportieren geht auf f6 nee verdammt was war denn vorher f6 das war vorher f6 dann geht das auf f7 und das geht auf f6 und das benutze ich eh nicht dass ich halt einfach schnell hin und her switchen kann wenn ich schnell hin und her switchen kann so so man perfekt so löp das ganze das ist sehr schön wenn ich jetzt in not gerate kann ich diesen hier machen sagt weg und da haben wir den wegpunkt das läuft wie ihr schnitten brot herrlich einfach herrlich guten abend hallo lysander ich brauche ein paar tränke danke und ein paar davon danke dafür kriegst du den dafür kriegst du den gutes tauschgeschäft ich habe meine tränke die ich brauche und eher ein paar gegenstände die er bei sich verschachern kann hallo so nochmal im armel refreshen hier zack zack und ab geht's weiter in die fallen der toten so so ja warte dafür habe ich das doch jetzt verbraucht aber ganz schön mana aue so wenn das jetzt mana schreien gewesen wäre wäre es natürlich ideal gewesen aber dann hätte ich trotzdem den 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 trank gewastet deswegen ist das vorhin schon ganz okay so wieder die ganze legion hier ja gut hier kommt jetzt aber auch gerade ein beschwörer nach dem anderen im wahrsten das wort ist das ja noch einer hassa 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 das war ein paar dann kommt noch einer okay alles klar das passt die sind alle down und hier haben wir sogar schon den die special truhe gefunden wo wir hin wollten und den extra boss haben wir auch schon besiegt ja diese bewacherbosse für die teile hier sind eigentlich relativ relativ schwach muss ich sagen aber jetzt haben wir endlich den hurra dreamwürfel und was man damit machen kann das zeige ich euch gleich so best hat sich aktualisiert zeigt immer noch das gleiche an aber wir haben jetzt den ersten teil haben wir ja und der deckhard kane müsste eigentlich was erzählen und das wird jetzt ziemlich lange was er erzählt dementsprechend verabschiede ich mich schon mal ich bedanke mich fürs zuschauen ich wünsche euch allen einen schönen abend noch oder einen schönen tag wie auch immer wann ihr rum ihr da seht wenn es euch gefallen hat lasst ein like da wenn es euch nicht gefallen hat auch gerne ein dislike mit erklärung warum es euch nicht gefallen hat ich will mich natürlich auch immer verbessern für euch für mich für alle vielen lieben dank bis zum nächsten mal ich bin raus euer deckhard kane jetzt für euch da mit diesem hurra dreamwürfel habt ihr einen wahren schatz in eurem besitz den legenden der hurra dream zufolge kann der würfel einen hurra dreamstab zusammenfügen um es zu bewerkstelligen benutzt den würfel wie eine schriftrolle wenn sich der würfel auftut müsst ihr beide teile des stabes darin platzieren und die verwandlungskraft des würfels nutzen es wird euch freuen zu hören dass der würfel noch andere alchemistische fähigkeiten besitzt legt fünf edelsteine desselben typs und derselben qualität hinein und ihr könnt sie in einen edelstein der nächst höheren qualität verwandeln sechs edelsteine zusammen mit einem schwert werden zu einem langen gesockelten schwert außerdem könnt ihr zwei köcher voller armbrust bolzen in einen köcher voller pfeile verwandeln während aus zwei köchern voller pfeile ein köcher voller bolzen wird ich muss es euch überlassen weitere formeln selbst herauszufinden aus zwei pfeile Vielen Dank.